Ich finde, dass Herr Söder recht hat. Eine Kabinettsumbildung ist überhaupt noch mal eine Chance. Ich glaube, dass diese Koalition am Ende ist. Sie ist ein Problem fürs Land. Eigentlich sollte es möglichst schnell Neuwahlen geben. Aber in einem hat Herr Söder nicht recht. Er muss vor allen Dingen bei sich selbst anfangen. Wenn ich mir Andreas Disaster Scheuer anschaue, was der zu verantworten hat an Millionenbeträge, zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sollte er dort beginnen, nicht über andere reden. Ich würde mir wünschen, dass diese Regierung möglichst schnell am Ende ist.